So, ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiter Part der Let's Play Shimmiga mit Tensei Digital Devil Saga. Ich bin es euer MC Maffix und wir haben jetzt sowieso sehr endlich hier zumindest den Dungeon mit der Ausnahme des Bosses abgeschlossen. Und ich will jetzt unbedingt hier noch mal ein bisschen meine Charaktere anpassen, weil ich meine, The War Skills brauchen wir zum Beispiel in einem Boss-Fight definitiv nicht. Ja, wir sind immer noch auf der Suche hier nach Sarah und müssen diese natürlich retten. Die wurde ja von Mick und dem verdammten Bat entführt. Ich wette, wir müssen wieder gegen Bat kämpfen, weil Bat kommt irgendwie immer. Und ich hoffe einfach mal, wir schaffen das jetzt diesmal. So, Fire Drain. First Strike, komm mal weg, Mann. Das brauchen wir eh nicht. Fire Repel braucht man nicht. Was habe ich hier denn noch? Agi, Angelo. So, ich kann jetzt mir richtig coole Skills eigentlich hier holen. Ein Tarunda. Physical Attack Down. Ich weiß aber gar nicht, was ich mir holen soll. Ich habe echt Angst, Mann. Ich meine, uns wird der Boss eh beim ersten Versuch wieder uns eh vernichten, weil das ist immer so. Das Fire Boost machen wir auch. So. Ich muss jeden Charakter zumindest auf einen Skill gescheit anpassen. So. Okay. Das ist falsch rum. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So. Heavy Damage. Achso, das ist ein Handskill. Ja, okay dann. So. Gut. Fire Drain, Agilo, Maragion. Okay. Done. Eis. Hatten wir schon den Eis-Boss-Gegner? Dann würde ich sagen, wir tun uns auch fast hier den Eis... Also, wir machen hier den Fire Boost machen wir und wir machen den Eis Boost. Of the War. Ah, Tsionga, Mann. Okay, ich mache keinen Eis-Drain. Ich spekuliere jetzt, dass er keine Eis-Attacken hat und mache dafür Elec... Habe ich keinen Elec-Drain? Äh, hier Elec... Elec-Repel habe ich. Ich will keinen Repel. Da will ich lieber Void Electricity. So. Äh, okay. Den Fire Boost habe ich jetzt auch, weil... Wieso habe ich eigentlich den Fire Boost? Soll ich nicht einen Elektro-Boost machen? Nein. Ich mache Feuer. Weil ich habe das Gefühl, uns wird ein Feuergegner erwarten, Mann. Wenn ich hier schon wieder in der Party ist, dann muss das doch einfach sein. Das wäre das Mindeste. So, was habe ich eigentlich mit dir Neues gelernt? Ich habe doch gerade irgendwie mit dir eine Fähigkeit voll gelernt. Ach ja, okay, du kannst es hier. Wenn empfangen. Feed Frenzy braucht man alles nicht. So, Earth Drain. Ganz wichtig. Delfies kann man auch hier wieder vergessen. Dann machen wir hier in Dest Mana. Äh, nein. Earth Boost machen wir aber. Und ich würde sagen, fast auch Force Boost. Ach, hier, die brauchen wir nämlich auch nicht. So, Matarazi hast du. Samma hast du. Okay. Ja, gut. Dann haben wir ja unsere Party zumindest ein bisschen besser. Nein. Ich wollte nochmal speichern. Entschuldigung. 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 Niemand hat uns gesehen. Niemand hat. Der Bossfighter hat uns einfach nicht gesehen. Das finde ich natürlich sehr gut. Okay. Ähm, ja. Wir, wie gesagt, wollen hier Mick und Bad stoppen. Die Sera entführt haben. Wir haben beim letzten Mal hier diese Prüfung in dem schönen Schloss hier abgeschlossen. Und nun wird uns wahrscheinlich der nächste Bossfighter warten. Äh, wird auch ziemlich Zeit. Ich will endlich Bett, will ich jetzt endlich mal töten, weil der nervt mich langsam. The Warn, natürlich. Und schauen wir mal, ob wir die schlafende Prinzessin nun wecken können. Äh, ist das irgendwie ein Fake? Okay, keine Prinzessin ist hier. Na gut. Ah, aber da ist die Tür. Ja. Machen wir. Und sterben. Sirf! Oh, how nice. You came all this way so that I could devour you. Come on. Let's hear you sing. And if you do a good job, I'll bring you along to Nirvana. Who'd want to go with you? Oh, you don't like me. Well, if you're not going to cooperate, then... Maybe I'll snap your little neck right now. Get your grubby hands off her! I'll tear you apart, you fat freak! Ha 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 ha. All right. Come and get a piece of me. Oh, 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 come and get a piece of me. Hier ist ein bisschen was für die letzte Mal. Du? Wenn du die Mädchen zurück möchtest, dann töte deinen Leiter. Was? Vielleicht werden wir dich und deine Lieferung mit einer Reise nach Nirvana gewinnen. Mikk nicht schuldig über sie, und ich auch nicht. Als wir da sind, sie ist alles für dich. Und... Listen carefully. Do as I say, and it'll be worth your while. Heat, no! Nein! Du kannst diesen Traitor nicht glauben! Ich wusste, dass dies kommt. Jetzt werden wir sicher wissen, wer höher ist. Pete! Stopp! Nicht los, Maggots! Es gibt keine Alternative. Denken ihn, Serf. Dammet! Wieso darf er anfangen? Don't buzz out now! This is serious! Come on, fight me! Alter, du willst mir erzählen! Das ist nur ein Bossfight! Ich soll gegen Heat kämpfen! What are you waiting for? Come on, fight! Heat, ich möchte ihn nicht bekämpfen! Ich möchte nicht! Ja, komm! Ich kann ihn nicht bekämpfen, man! Du bist mein Heat, man! Du hast mir so oft geholfen! What's wrong with you? Are you dead weak? Du bist angeschlagen, Heat, man! Ich kann dich nicht bekämpfen, man! Bad, dieser verdammte Mistratte, man! Komm, töte mich! Heat! Feuer frei! Töte Serf, man! Ich hab eh viel lieber dich als Anführer, man! Kein Problem, man! Mach! Ist kein Ding! Hau mich zu... Klump! Klump! Abonniert dich. Du kannst dich nicht verlieren... Ich kann mich also zurücklaufen. Du kannst dich weg und schlafen. Die Was ist es nicht zu. Du kannst dich nicht verlieren. Nein, nicht. Ich glaube nicht so, Frau. What the... My ears... Let go of me. Syrah. You witch. Hey, nice catch. Now just don't drop her. I really thought you were better than this, Mick. Guess I was wrong, huh? What? I'm going to join the brutes. It's been my plan all along. I knew it. Don't move, moron. Or I'll crush her skull. Gotcha! Cielo! Easy does it. Get out of here. Where are you going? Surf? What was it he'd said he'd do back there? Yes. We'll tear you apart, you fat freak! No! Early End World needed Bones of Hell Fires Woa, Leute! Der wahrscheinlich, bis jetzt, größte Bossfight. Wortwörtlich. Und wir legen gleich mal los. Okay, ähm... Mit was fangen wir an? Mit was fangen wir an? Okay, wir haben Wolt Electricity. Äh... Ra... Oh, er hat zwei. Okay. Äh... Machen wir mal. Agile. Oh, das ist schonmal sehr gut, das ist schonmals. Aber warte mal. Heißt das ja erst ein Eisgegner oder heißt das ja erst ein Feuergegner? Ich mach mal kurz Fire Drain. Nur zur Sicherheit. So. Okay. Und wir machen zur Sicherheit... Nein. Na komm, wir müssen jetzt nicht öfter machen. Was hab ich noch? Summer hab ich? Ähm... Und ich mach jetzt mal Matarasi. Komm. Zack. Was? Shield! Du Penner. Hehehe. Was sagt der Life out of you? Wir gehen Game Over. Wir gehen Game... Was? Achilla! Wo bist du? Ja, Critic Game. Genau. Absu... Hehehe. Okay. Da müssen wir halt jetzt... Also, er absorbiert sie. Ja, krass, Mann. Krass, Mann. Krass, Mann. Haben die Zusammenlebensbehalten? Weil immer, wenn ich angreife, absorbiert er. Ist das awesome, Mann. Achilla, okay. Einfach aushalten. Einfach aushalten. Du machst das schon. Okay, Achilla kann ein Move. Das ist mir ja scheißegal. Also, eigentlich nicht, aber egal. So. Dann machen wir nämlich nochmal einen. So. Dann absorbiert er wieder. Oh. Aber ihr seht. Er geht schon in die Knie. Oh. Achilla ist mein Zaubermann. Dreckskopf. Reunite. Und da ist die Lady wieder bei uns. Ähm. Warte. Matarazzi hat vorgeklappt, oder? Nee, oder hat... Nee, er hat das gedraint. Er hat das gedraint. So. Okay. Warte mal. Ich mach jetzt mal Earthdrain. Sicherheitshalber. Weil wenn er eher Eartha schiltert, dann geh ich mal davon aus, dass es seine Attacke ist, oder? Okay, seine Attacke ist die Ungarn. Aber das ist mir eigentlich wurscht, Mann. Okay. Damit ist der Kopf besiegt. Was ist denn jetzt seine Schwäche? Machen wir überhaupt Fulu? Also, Feuer wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wir machen mal einen Feuer-Move. Ja, okay, das schildert er. Sionga. Ah! Ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß, was wir machen müssen. So. Also, wir müssen nicht Marsia machen. Das ist klar. Wieso mach ich's dann eigentlich? Wieso mach ich's eigentlich? Ich bin schon doof. So. Dann. Ah, nee, wir haben eh nur noch Einzug. Scheiße. Sonst hätte ich jetzt nämlich... Wir haben ja Reuters-Elektrizität gemacht zur Terrasi. Ist auch so. Hat überhaupt einen Weibo? Nein! Ich sag mal, Matarazzi. Seine Schwäche sind Force-Attacken, Mann. Ich bin so dumm, Mann. So, Void-Electricity machen wir jetzt erstmal. Ah! Ich muss nur Sam machen und schon haben wir ihn, aber ich... Komm mal, ich mach das einfach nicht. So. Bam! Und jetzt komm. Sammer, 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 Sammer. Sammer! Sammer oder Sammer? Weakness dachte ich mir fast. Okay. Boom. Okay. War's das jetzt? Also. Ernsthaft? Das war jetzt kein so... Anspruchsvoller Bossfight, muss ich jetzt mal sagen. Fünf... Fünf Feuer-Attacken? Und das war sie eigentlich schon. Half-Ein. Wieso hab ich mit ihm seine ganzen Handskill eigentlich vorher nicht verlernt? Naja, egal. Hauptsache, die Moves sehen cool aus. So, Sammer. Und wir kriegen noch einen Zug. Äh... Was hab ich denn? Void Electricity hab ich schon gemacht. Masio. Ich hab ja gar... Ich hab ja halt gar keinen Angriff. Okay. Ich mach mal einen Bufulu. Das blockst du nicht, oder? Ah, 113. Jo. Passt. Aber der hat definitiv mehr Leben als sein Party hier. Aber ich stehe in den seinen Attac-Aug-Heat lächelt so schön. Ja, ich lächle auch hier, weil es macht gerade ziemlich Spaß, man. Wir machen den fertig. Er hat keine Chance mehr. Also, der Körper ist tot. Aber ich wette... Ich hab das Gefühl, der tut ihn nochmal wiederbeleben. Das wird mich nämlich gar nicht wundern, so Half-Ein. Bam, bam, bam. Und Sammer. Weil ihr seht ja, jetzt ist noch nicht mal einmal irgendwie in die Knie gegangen. So, oder? Es werden halt... Oh, jetzt ist er. Jetzt ist er geschwächt, Mann. Okay, Leute, Mann. Ah, ich freu mich so hin zu DeWarn, Mann. Ich freu mich so hin zu DeWarn, Mann. So. Dann mach mal Bufulu. Bam. Und das war's schon. Ziemlich enttäuschend, der Micky. Aber hey, Leute. Jetzt ist es Zeit für Heat, Mann. Into DeWarn. Und 3.600 Erfahrungspunkte. Lightning haben wir fast upgradet. Thrones haben wir vier Punkte bekommen. Und... Nun ist es Zeit für ein Festmahl. Ich denke, bei ihm wird es einiges an Sachen zu geben, die man essen kann. Oder, Heat? Hier geht's, Bruder. Ja. Well, it looks like Bat got away. Wir werden ihn wieder treffen. Er ist stark. Er würde eine bessere Rolle als Cielo werden. Oh, come on! I totally saved Sarah back there! Are you joking? That makes me sick! Ja, what she said! What is... joking? As far as I know, it means you aren't serious. I do not comprehend. Surf! Surf! I'm sorry. Oh, you're hurt. Yeah, he don't understand self-control. Well, at least everyone's alright now. I'm sorry. I... I came here to help. But I've only created problems. There really... isn't anywhere I belong. Eh, why you say that, Sarah? You've got a place to stay. Well, I mean... we're... you know. We're comrades, am I right? Yeah, that's it. Comrades? That's right. I do not comprehend. Oh, hush. That's enough from you. Hey. Say something, Surf. Sido joined the party. Okay, wir haben Sido mit dabei. Der Level 39 ist. Wieso ist der so stark, Mann? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w What? What? Ähm... Okay. Leute. So stelle ich mir das vor. Cannot be used? Nein. So will ich das nicht haben. Ein guter Boss, weil den wir relativ gut eigentlich geschafft haben. Was kannst du denn machen? Oh... Tarahura. Wieso? Der hat so viel von diesen doofen Skills, die wir eh nie benutzen werden. Keine einzige physische Attacke. 254 Leben. Ich habe ein schlechtes Gefühl, gleich Silo, Mann. Status. Weak to Elements. Ähm, Spiel. Auf einer Skala von 1 bis du verarschst mich, du verarschst mich, oder? Er ist Viking Elements. Heißt das, wenn dir so ein Gegner irgendwie Charm oder Insta-Death macht oder wie, dann wird er immer getroffen. Nicht so cool. Achso. Betten, die Brutes werden wahrscheinlich nach Sarah wieder kommen. Okay, what do we do, Saf? I have devised a plan. It is time that we trap them. The problem is how we will ensure Sarah's safety. We must also choose an aisle location for the trap. An aisle location. I know the perfect place. I noticed it from the air on the way here. They received information on a huge Vassal's remain. Okay. Das hört sich doch sehr gut an. Wo war Heedmann? Wir haben gar nicht mit dir gesprochen. Auf der anderen. The Brutes lead by Varian Omega. Should provide a challenge. Sind die Brutes nicht der stärkste von allen Stämmen, wie wir es hier in Erfahrung gebracht haben? Das spricht eigentlich nicht aktuell dafür, dass wir das wirklich machen sollen. The bastard was planning to use Mikkel all along. People are nothing but tools to him. I won't let him get away with that. The place isn't too far from here. Just like this building. I felt like I'd seen it before. Was I Heed? If events proceed smoothly, we may be able to eliminate some of the Rant's forces. We regain control of this battle. Wo ist Heedmann? Heed, komm. Aber ich fand am kurzsten den Moment, wo Heed und er sich hier so vereint haben. Und dann gesagt, ja, wir werden dich frissen, man. Das fand ich super. What did I do to Mikkel? I didn't know what you're talking about. But I'm very sorry that you two were ever hurt so badly. It's all my fault. Alles gut, Sarah. Hauptsorbit ist wieder bei uns. Does Sarah's power scare you? Just to let you know, I don't give a damn who she really is. Das ist die richtige Einstellung. So mag ich dich. Einfach sagen, mir ist das doch alles wurscht. 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 Okay, schauen wir mal. Irgendeine neue... Desert Ship. Desert Ship. Okay. Der ruins der Ziele von. Aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal zurück nach Muladroa, weil... Ihr wisst schon. Immer eins nach dem anderen. Das Lustige ist, wir haben jetzt den gelben Schlüssel, aber wir haben immer noch keinen blauen Schlüssel. Da haben wir viel mehr blaue Portale gesehen hier. Nogut. Das ist eine ziemlich groteske Einstellung, um ehrlich zu sein. Aber nur gut. Wir gehen jetzt erstmal, auch wenn wir hier nicht hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich direkt hier zum Schiff. Aber davor will ich jetzt unbedingt erstmal hier in den Shop. Wir müssen Quantumzellen und sowas verkaufen. Und... Mal kurz mal unsere Mantras anschauen. Wie sieht's denn aus? Okay, fast voll. Halb voll. Fast gar nix. Das ist nicht gut. Lightning haben wir fast voll und du hast eins gemastered. Okay, ich will jetzt eigentlich Silo gar nicht in der Party haben, man. Das ist doof. We can't keep Sira any longer. I won't let anyone take her ever again. Hi, du bist eigentlich so cool, man. I guess this is goodbye for a while. Relocating to a new base. Never used to affect me, but now. It makes me sad. Ach, Azir, sei nicht immer so deprim. Sei nicht immer so deprim, man. Das ist doch wurscht. Heißt das, wir können aber dann nie wieder nach Muladroa zurück? Das wäre natürlich doof. Das wäre natürlich sehr doof. Da wartet immer noch die eigene blaue Barriere, die ich immer noch nicht wegmachen kann. So. Transmission from Karma Tempanel. Cell Bonus earned. New items added to the vendor's inventory. Frame chart. Chakra pot. Summer spray. Braum alles nicht. Cell item will ich nämlich machen. So. Jack Cell. Okay, Code Cell. Karpfucker, fangen wir unten an, man. 15.000. Quantum Cell. 30.000. Organic Cell. 19.000. Und. Wir haben über 100.000 Maka. Hey, wenn das sich nicht lohnt. Wenn das sich nicht verdammt nochmal lohnt hier, man. Okay. Also eigentlich, der letzte Dungeon war eigentlich ziemlich cool. Man konnte super leveln. Also es war echt mal ein Dungeon, wo man gut leveln konnte. Ja. Heat ist glücklich. Ich bin glücklich. Alle sind glücklich. Komm, heilen wir uns auch nochmal hoch, man. Wir haben es ja aktuell. So. Get Mantra. Ähm. Das muss ich gleich mal schauen. Ich will. Mit ihm. Bevor wir irgendwas anders angehen. Angel God Mantra. Okay. Wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. So. Ich will jetzt keinen allzu teuernden Skill mit der kaufen erstmal. Äh. Force Heal will ich jetzt erstmal mit der kaufen. Ich brauche jemanden, der so Außenseite ist und heilt, man. Der ist Viking Elements, man. Ich verstehe gar nicht, was das heißt, man. Heißt das eigentlich nicht, dass er super, 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 super schlecht ist? Ich habe so das ungute Gefühl. Aber das ist mir jetzt erstmal wurscht. Ich habe erstmal Mick besiegt. Die Maribel sind ausgelöscht. Haben wir gut gemacht. Auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Habe ich gespeichert? Nicht, oder? Dann die, ähm. Die, 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 die. Wie? Ich habe vergessen, wie sie heißen. Ha. Sie sind schon wieder aus meinem Gedächtnis raus. Das ist genauso, wie, dass meine Leute nicht mehr weißen, was Joking heißt hier. Das ist fast dasselbe. Ähm. Zumindestens Mick und sein Clan sind ausgelöscht. Dann die Maribel sind ausgelöscht. Also, hey. Es werden weniger. Ja, sechs Clans waren es doch nur, oder? Waren sechs Clans, ja. Zwei sind schon mal ausgelöscht. Wir sind eine davon. Hälfte haben wir schon also im Endeffekt geschafft. Es kommen nochmal drei. Okay. Und wenn die Brutes besiegt sind, wo wir gehört haben, das ist der stärkste und größte Stamm von allen, dann ist es ja eh schon geschafft. Okay. So wie gesagt, wir müssen ja die Basis verlassen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir da hätten rüberkommen sollen. Finde ich ein bisschen schade, dass wir es bis jetzt nicht rausgefunden haben. Die eine Barriere, die wir auch nicht aufgelöst haben. Aber vielleicht können wir, ich denke mal, wir werden schon wieder nach Mulador zurückkehren. Aber wahrscheinlich wird es jetzt leer sein. Oh, ich vermisse meine Aufzüge. Die sind lustig. Und dann gehen wir zu diesem coolen Schiff, was Tilo gesehen hat. Eigentlich ein ziemlich cooler Auftritt hat der auch. Mann, der ist, also, sein Design ist cooler, aber ich habe gerade Angst, dass er Weed to Elements ist. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an, Mann. Okay. Dann auf zum Schiff hier. Ein Luxusliner, so wie es aussieht. Warte es mal. Servieren und die Party fühlen sich hauptsächlich. Was? Ich habe vor... Es ist so lange her, dass ich jemanden der Wort habe. Mindestens fünf Minuten, oder? Look at Sarah, bro. She looks so happy. What was that before crying? Her happy face seems to fit her more than a crying one. That's a ship, isn't it? Don't they float in the ocean? Vielleicht ist das so etwas, was vom Ozean übrig ist. Hey, Serv. Does it feel like you've seen this hunk of junk before? Actually, yeah. You think so, too. Sarah, Arjila, Tilo, all of us. Doesn't it feel like we've been on this thing before? Wo ist Sarah? Ich finde sie nicht. This is so cool, Serv. Can I go up on the top? Sure, why not? Thank you, Serv. Ships like this are actually supposed to float in the ocean, I think. The ocean is so vast and beautiful, the water gently rocking, breath and forth. Come on, let's go. Also, ein gigantisches Schiff, man. Die Titanic, oder? Gut möglich. What is this? It's called a ship. I know that. In addition, I know that it is a seafaring vessel. But why is it here? And the fact that I know about it, how can it be here? Und jetzt ist niemand da. Wie auch immer, Leute. Was wir da auch immer machen und was dieses Schiff beinhaltet, werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Denn nun machen wir einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play. Shimiga mit Hensei Digital Devil Saga. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.